Guten Morgen, kurz mein Herz meldet sich aus dem Lausitz-Klinikum in Forst und ich werde jetzt hier ein Bild an die Decke zaubern, was die Patienten dann sehen, wenn sie aus der Narkose aufwachen. So, das ist das Projekt, es wird himmlisch kirschblütig. So, das ist das Projekt, es wird himmlisch kirschblütig. So, das ist das Projekt, es wird himmlisch. So, das ist das Projekt, es wird himmlisch kirschblütig. So, das ist das Projekt, es wird himmlisch kirschblütig. So, das ist das Projekt, es wird himmlisch kirschblütig. So, das ist das Projekt, es wird himmlisch kirschblütig. So, das ist das Projekt, es wird himmlisch kirschblütig.